Oben auf dem Berg und da steht auch ein Schwein, das schaut du Kuh immer in den Hintern hinein. Und da sagt die Kuh, du dummes Schwein, schau du mir doch nicht in den Hintern hinein. Da sagt das Schwein, du dumme Kuh, dann mach den Hintern nicht auf und so. Du bist gegen die Dornen gelaufen. Ich hab's gemerkt. Okay. Ich hab allerdings gehofft, dass du's nicht gemerkt hast. Du hast da Dornen hingesetzt. Nein, Mann. Sondern? Hier, nimm erst mal den Rucksack an dich. Nee, sag. Du hast hier schön das Holz abgehackt, das Bäumchen. Und damit ich meins loswerde, hab ich's einfach hier oben mit dran gehängt. Du hast es mit abgehackt. Okay. So gut. In der Tat. Aber in der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen, aber den Dornenwarzen wieder zu verlängern. Was? Iiii. Was heißt denn da I? Dornenwarzen. Was ich mir gerade überlege, du bist doch noch eine Weile hier, ne? Nee. Doch. Ich wollte jetzt eigentlich weiterlaufen. Ich warte nur auf dich. Ich bin dann gerade mal weg. Ach, schön. Bin gleich wieder da. Hab ich ja. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen. Das kann ich leider so nicht stehen lassen. Vielen Dank. Okay. Kann ich das hier vielleicht auch gerade? Jawohl, ja. Geht das vielleicht auch noch? Reparaturkosten. Jawohl. Gehe ich dir vielleicht auch Reparaturkosten? Nee. Verdammt. Okay. Wo bist du? Da bist du. Ha. Du wolltest noch Boote, ne? Ja. Ich geb dir Boot, kannst du ghillie. Ey, cool. Erstmal Boot können wir ghillie. Knack, knack, knack. Und voll durch die Dornen gelaufen. Nein, er ist von vorbeigerannt. Oh, was eine Spannung, meine Damen und Herren. Ach, verdammt. Viel zu viel abgebaut. Was? Was machst du denn da? Ich dachte mir, ich probiere mal was aus. Was du nämlich gleich mal machen kannst, lieber Emmes, werde ich dir jetzt gleich verraten. Aha. Äh. Mäh, mäh, mäh. Aha. Na, komm schon. Scheiße, das reicht nicht. Ja, okay. Was du nämlich jetzt mal machen kannst. Aha. Bau den Baum ab. Laber nicht. Laber nicht. Ich soll dir wirklich weh tun. Ja, Mann. Okay. Zerschmettere mich. Töte mich. Was? Mach mich kaputt. Bin doch schon dabei. Warte mal. Ach, da war ja gar nicht so viel. Dafür hab ich alles eingesammelt. Ist das nicht toll? Möchtest du das Holz haben, Knarz? Nein, nein. Eigentlich nicht. Ich hab genug Holz. Mein kleiner Rucksack ist schon fast wieder voll. Okay. Aber ich hab hier noch was für dich. Da. Fupp. Das ist geil, ne? Aber wenn ich's mal nicht drauf hab. Dann hat's keiner drauf. Hunder. Richtig. Bin schon wieder so müde. Ich hab schon wieder deinen doben Schlafsack eingesammelt. Ich möchte deinen Schlafsack nicht einsammeln. Bitte nimm deinen Schlafsack an dich. Ich möchte deinen Schlafsack nicht haben. Dankeschön. So. Okay. So, äh. Alter, ist das episch. Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, ich genieße hier den Ausblick ins Land, sage, ist das episch. Und im Hintergrund hörst du ihn zetern. Wieso hab ich deinen Schlafsack? Nee, hast du nicht. Stimmt. Wow. Wow. Aua. 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 Nicht heilen. Nicht kaputt klappen. Ihr Vögel, was will denn das hier? Was soll das? Was soll was? Ich spring hier nur rum. Achso. Darf ich das nicht? Aua. Was soll das? Oh. Wasser. Schon wieder? Ich kann kein Wasser mehr sehen. Hier. Hilf. Guck mal hier. Unter dir hab ich Dornen und so. Wow. Okay. Bin schon unten. Du bist gefallen? Ja. Jetzt bin ich doch. Ja, ja. Der Emes, weißt du. Der fällt halt hier so rum. Hier ist noch mehr Wasser. Oh. Der war so flach, dass er unter der Wasseroberfläche schwimmt. Das hattest du doch gesagt. Da lang. Da lang. Gifte voll. Weil da hinten wird's grün. Ja, da hinten wird's grün. Hier ist alles grün. Nee. Da hinten wird's richtig grün. Ich mein, das wär eine Ampel. Tatsache. Ulai. Boah. Wo? Da hinten. Hab ich nicht gesehen, Emes. Da hinten. Brutal. Okay. Oh Mann. Oh, wie der hell. Oh, wie schön. Nein. Oh, wie der dunkel. Oh, wie der hell. Schruppland. Ja. Ja, genau. Das passt zum Emes. Der ist total beschrubbt. Was? Das ist doch dein Biom, oder? Eigentlich schon. Wow. Nee, nee, nee. Pferde. Lass die Tiere in Ruhe. Aber ich hab Hunger da hinten. Du hast einen Bogen. Wir brauchen Neder. Ja, das macht man doch aber nicht mit dem Bogen. Alter, ein Esel. Nur einer. Geh weg. Ich will die Kühe machen. Wehe. Wieso machst du denn das mit der Ultimate Fist? Schwert. Plünderung. Ach ja, stimmt. Vergessen. Ja. Blöder Fister. Voll cool. Sieht voll cool aus. Nein. Renne dich mal rum zu mir. Danke. Wenn wir in die Richtung gehen, da kommen wir nochmal in die Wüste. Und wo willst du hin? Ja, da nicht lang. Da ist nur Wasser. Okay. Oh. Ach nee, das ist ein Esel. See. Du hast eine ganze Eselsfamilie auf dem Gewissen, du Arsch. Gar nicht wahr. Oh, guck mal, das ist ein Bibi-Esel. Ja, eben. Screechot. MS. Hä? Ich hab dich im Visier, mein Freund. Lass die Tiere in Ruhe. Wow. Na, wo für Fresse liegt? Noch mehr Eselchen. Das ist ein Eselbiom. Lass sie in Ruhe. Wow. Ach, Mist. Wollte ich gerade sagen, da wäre ein Dorf, aber war nicht so. Doch, da ist ein Dorf. Echt? Ja. Hier in die Richtung. Scheiße, ich hab kein Ding ins Bein. Kein, äh, Safari-Netz. Wir brauchen noch mindestens einen Dorfbewohner. Boah, zurück? Müsstest du da bleiben. Guck mal, eine Promille. Eine was? Eine Promille. Ach so, eine Promille. Ach so. Was ist das? Ist das Öhn? Ja. Hey, steig den Leuten gleich mal direkt aufs Dach, merkst du? Hier sind sehr viele Bewohner. Gibt's was zu holen? Keine Ahnung, es gibt bestimmt was zu handeln. Also ich würde jetzt mal zu... 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 Zuwückroppen. Ja, mach das. Ähm, um einfach mal noch so ein Ding ins zu bauen. Oh, das ist ja ein hübsches Haus. Uh. Also dafür, dass es einfach nur, äh, reingemacht ist. Aber hier kommt keiner rein und keiner raus. Warum nicht? Dann blockt er vor. Oh nein, befreie diese armen Kreaturen. Hab ich schon. Lass mich mal rein. Mal gucken, was du hier hast. Ach so, Kinder. Was brauche ich für ein Safari-Netz? Oha, oha. Checkport. Jackpot. Aha. Ich brauche eine Gasträne und vier Enderpil. Wir haben hier Werkzeug. Bindungsschablonen und sowas. Geil. Einpacken. Oh Gott, ich bin's mein... Ich... Ja, also... Tut mir leid, Leute. Ich mach euch mal eure Kisten leer. Kann mir mal einer sagen, wo die Gastränen sind? Nein, in dem Tresor sind sie nicht. Echt nicht? Nein. Schön, dass du hier nur über den Teppich gelegt hast. Sieht total scheiße aus. Da oben sind sie. Ich hab sie wieder. Wir brauchen mindestens einen Dorfbewohner. Ja, dann... Nimm drei mit. Geh mal weg. Ich will da... Ja, ich weiß. Hau mal ab. Ich will da dran. An die Schablonen. Drei Stück. Du möchtest, dass ich drei Safari-Netze baue. Mach ich. Äh, kommt drauf an. Was kostet der Spaß? Ähm... Jeweils vier Enderperren. Und eine Gasträne. Also ich hab jetzt alle Schablonen... Es sind aber wiederverwendbare... Kann ich eigentlich auch Warpoints anlegen? Du könntest Warpoints anlegen. Mit dem Befehl... Schrägstrich Set Warp. Also alles zusammen. Set Warp, Leerzeichen... Und dann Warpoint-Name. Also ich hab jetzt... Oh Gott! Hast du alle Kisten leer gemacht? Was ist denn das? Stehst du hier? Ja? Oh Gott, Alter! Hast du mich erschreckt. Ich glaube, warum ist das Ding jetzt wieder da? Leg doch mal hier im Webfront an. Äh... Leg doch selber an. Probier's doch einfach mal. Du musst es auch mal antesten. Sonst wird das nix. Oh, der Brunnen ist ganz schön tief. Ja, mach mal. Ich mach jetzt gar nix. Ich sammle jetzt Dorfbewohner ein. Oder ich Warp zurück. Wo mach ich denn die Schablonen und so hin? Warp mal besser noch nicht zurück. Bleib doch mal hier. Ich will die grad weg sichern, bevor uns wieder irgendwas abraucht, weißt du? Okay. Ich will die grad direkt verpacken, weißt du? Mhm. Machen wir. Mach mal. Wegwerfbares Safari-Netz. Dorfbewohner 2020, 2019, 20. Ja. Health ist alles drin. Wunderbar. Ich hab die Dorfbewohner in die Dingens gepackt. In die was? In den Tresor. Alter, das sind ja Menschen unwürdige Lebensbedingungen. Schmeiß ich das da rein. Getreide, Karotten, Getreide. Mit nem Schleimball, Leder und Faden hätte ich auch ein wegwerfbares Safari-Netz machen können. Ist schon gut so. Dann haben wir noch eins. Safari-Netzwerfer. Gefängnis-Safari-Netz ist bestimmt auch nicht schlecht. Oh, ich muss mich anders da hinsetzen. Nee, aber ich nehm wiederverwendbare, das ist besser. Ja. Oh. Ich arme, Alter, Mann. Huch. Ich dachte eben, was ist jetzt los? Ja, ich bin das. Ich weiß. Ich bin zurück. Ja. Was willst du denn hier jetzt pointen? I-N-Woop. Way oder Warp? Oder wir nehmen alles mit und verlassen es. Wir sind eh auf dem Distur. Allerdings müsste ich erstmal zurück. Gleich. Weil meine Rucksäcke sind fast voll. Achso. Du hast ja schon wieder gelootet wie ein Blöder hier. Alter, das ist kein DayZ. Hör auf. Loot? 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 Warte mal, ich nehm noch die Kiste mit. Die Kiste. Loot? Loot? Loot, Mama. Oh. So. Ähm. Warte mal. Schablonen. Enttaschen? Schablonenstanzer. Wer brauchen wir denn noch? Ich habe die Klamotten alle schon in der Dingens zu stehen. In der Schmiede. Aber ich nehm es trotzdem mit. Oh. Alter Wunder. Du hast in der Wand gepennt. Ja, ich bin ein Wandschläfer. Ach, stimmt ja. Ja, du warst das, ne? Du warst der Wandschläfer. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Da war was. Entschuldige. Hin und wieder entfällt mir das. Vor allem das aus den 70ern. Das ist mir alles entfallen. Ja, das glaube ich dir. Ich gehe mal ganz schnell ins Lager. Ja. Alter, ich habe drei Dorfbewohner gekidnappt. Ich bin ein mieses Schwein. Was? Ja.